Denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wirtschaftlich profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sind wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei. Innerhalb der SED gab es mehr Streit über Wirtschaft. Die erzählen alle das Gleiche. Die Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Das, was nur den reichen 10% nützt. Und diese 5 Parteien holen immer über 80% der Stimmen bei jeder Wahl. Meist sogar 85%. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen? Das machen die mit einem Trick. Die haben den Leuten eingeredet, dass es nicht anders geht. Und dass irgendwann alle davon profitieren. Dass alle irgendwann zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Doi, doi, doi. Die bringen diese Leute dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen, ohne Mauer, ohne Schießbefehl, ohne Stasi. Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass es auch ohne geht. Und wer hilft ihnen dabei? Das sind die Medien. Wem gehören die Medien? Heute war ja von den Medien schon die Rede. Das ist nämlich die nächste spannende Frage. Wem gehört das Ganze? Ein paar reichen Familien. Und die meisten kennen sie sogar. Springer. Die bekannteste reiche Familie. Friedrich Springer. Das ist Bild. Bild am Sonntag. Bild der Frau. Computerbild. Autobild. Welt. Welt am Sonntag muss ja ein bisschen Konkurrenz und Abwechslung gehen. Jede Menge Fernsehzeitschriften, Privatfernseh beteiligt, N24 gerade ganz gekauft. Bild ist so mächtig, da legt sich keiner mit an. Deshalb geben alle Politiker der Bildzeit Interviews. Die können jeden platt machen, wenn sie wollen. Der Wulf, der musste weg. Der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und hatte noch ein Vortrag über die Zinspolitik gehalten, während der Finanzkrise. Darüber ist schon gar nicht mehr berichtet worden. Da hat die Friedrich Springer so gemacht. Dann machen die den weg. Der hat sich nichts in Schulden kommen lassen, der Wulf, außer dass er ein bisschen blöd war. Das war noch nie ein Grund für einen Rücktritt, oder? Die zweite mächtige Familie, die Sie kennen, ist die Familie Mohn. Die sitzt in Gütersloh. Da steckt das mit der beteiligten Bevölkerung schon im Namen. Bertelsmann sagt Ihnen mehr. Das ist ein Familienbetrieb, der heißt Bertelsmann, gehört der Familie Mohn. Lismohn steht an der Spitze. Friedrich Springer und Lismohn, die erfolgreichsten und mächtigsten Frauen des Landes. Haben das selbe Geschäftsmodell, haben als Kindermädchen in den reichen Familien angefangen, haben die Ehefrau weggebissen und den alten überlebt. Das ist das Modell schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie eigentlich schwarzer, die alte Bild-Zeit-Los-Nutte. Bertelsmann ist der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat Gruner und Jai jetzt gerade ganz gekauft, das ist dann Stern, Brigitte und so weiter. Können Sie alles nachgucken. Bertelsmann gehört auch ein großer Teil vom Spiegel. Spiegel, die Bild-Zeitung für Abiturienten. Früher war das mal ein aufklärerisches Magazin, heute ist alles längst gleichgeschaltet. Sehen Sie, heute kein Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, Chefredakteur im Spiegel. Das wäre früher undenkbar gewesen. Heute ekeln die reichen Familien Sie auch für nichts mehr. Es ist alles offen und ehrlich. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen. RTL 1 bis 24. Die Funktion der Medien, die Verblödung der Massen. Hat der Kohl noch clever geplant? Privatfernsehen hat er eingeführt. Der Kohl wusste, das Volk braucht Brot und Spiele. Je trockert das Brot, wenn es zu lustiger, müssen die Spiele werden. Nach 30 Jahren RTL ist das doch alles perfekt. Das Dschungelcamp ist die erfolgreiche Sendung im deutschen Fernsehen. Die meisten Unterhaltungssendungen in den Privatsendern bestehen aus Kindergebuchsspielchen. Sack schlagen, Eier laufen, Topf hüpfen. Wir sind wieder bei Gladiatorenkämpfen angekommen. Schlag den Rab. Und er steht immer wieder auf. Das ist das furchtbar. Bertelsmann macht aber auch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da werden ja nicht nur die Studien gemacht. Da werden auch ganze Gesetze entwickelt. Hartz IV ist von der Bertelsmann Stiftung geschrieben worden. Nicht von Peter Harz, der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter, einer geht, noch einer geht, noch rein Harz. Wenn der den französischen Präsidenten Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Noch eine Reichsfamilie, die Sie kennen, Burda. Burda, das ist Boulevard. Man sagt doch Gosse, Gala, bunte Frau und Kind, killen Hün, womit sie so ihr Resthirn einwickeln. Fokus, Fokus ist auch Burda, das ist jetzt Spiegel für Hirnamputierte. So eine Art journalistisches Endlager. Sie müssen mal nachgucken. In Hannover regiert die Familie Mattsack, der gehören alle Zeitungen nach Hannover, in Niedersachsen bis nach Rostock hin. In Köln können Sie keine Zeitung lesen, die nicht Neven Dumont gehört. Können Sie nicht lesen. Gibt es keine. Das sind Monopole. Am ganzen Niederrhein ist die Rheinische Post, sind vier reiche Familien. Auch die Süddeutsche Zeitung gehört inzwischen einer reichen Familie aus Ludwigshafen, der Familie Schaub. Auf die bin ich gestoßen, als ich in Chemnitz geguckt habe, wem die Zeitung da gehört. Ich denke, Ludwigshafen, Schaub, Chemnitzer freie Presse, wie kommen die denn zusammen? Chemnitzer freie Presse war die Zeitung mit den meisten Abonnentenzahlen der alten WDR. Die hat der Kohl, der Familie Schaub an der Treuhand vorbei zugeschüßt und nach der Wende. Ludwigshafen, Oggersheim, muss ein Zufall sein, ist eine Verschwörungstheorie. Wir wissen bis heute nicht, wer die Spender wirklich waren. Der Kohl hält dich, zumindest an der Stelle. Im ganzen Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke, Funke-Medien. Früher war es die Watz-Gruppe. Jetzt ist es eine Familie, Funke-Medien. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stachel da durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitungen gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass sich 40 Jahre lang verblöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt haben. Beschäftig durch Wachstum, kapitalgedächte Altersversorgung. Mein Lieblingssatz ist Soziales, was Arbeit schafft. Da würde kein Mensch widersprechen. Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Aber die sind 60, die schlugt der Stacheldraht. Kapitalgedächte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, damit es sonst die Arbeitsplätze wird gedehnt. Perfektes System. Und in diesem System, meine Damen und Herren, wo Politik gemacht wird für die reichen 10% und die reichen Familien die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die wird den Reichen selber nicht gefährlich. Die Merkel hat selber keine finanziellen Interessen. Das glaube ich wirklich. Aber die interessiert sich ja überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist es im selben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Dankeschön.